Unsere Themen am Dienstag. Närrisches Treiben nur für Kinder. Ein Plakat, aber mehrere Künstler. Und das Monsterfieber bricht aus. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Sortimentswechsel im Möbelzentrum Großräschen. Die letzte Chance bis zum verkaufsoffenen Sonntag am 1. März. Ausstellungsstücke sind bis zu 73% radikal reduziert. So günstig gab es Marktmöbel noch nie. Auf Möbelneubestellungen gibt es außerdem bis zu 30% Rabatt. Und auf neue Küchen sogar 50% Aktionsrabatt. Und auf Wunsch natürlich unsere 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Vom 28. Februar bis zum 1. März gibt es Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken. Der Miele Kochshow am Samstag. Sowie Bockwurst oder Kaffee und Kuchen für nur einen Euro. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Dienstag. Auf diese Nachricht haben die Bergleute seit Wochen gewartet. Die Kohlebagger im Tagebau Jenschweide laufen wieder. Die erste Schicht hat heute Morgen begonnen. Das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe hat die Zulassung erteilt. Die 600 Kumpel können somit bis zur geplanten Stilllegung des Tagebaus Jenschweide weiter Kohle abbagern. Seit September hat es einen Zwangsstopp gegeben. Die Deutsche Umwelthilfe und die Grüne Liga hatten geklagt, da für den Tagebau eine Verträglichkeitsprüfung gefehlt hatte. Der Karneval hat die Region weiter fest im Griff. Bunte Kostüme und laute Musik waren auch heute angesagt. Nur mit dem Unterschied, dass die kleinen Jecken so richtig aufgedreht haben. Oder Cottbus? Ja! Lausitz! Ja! Es hat zwar etwas genieselt, Regenschirme wurden heute Vormittag auf dem Altmarkt aber nicht gebraucht. Damit hatte der kleine Zug der fröhlichen Kinder dem großen Zug der fröhlichen Leute am Sonntag schon mal eine Sache voraus. Ins Wasser fallen musste diesmal nichts. Kinder müssen immer Glück haben mit dem Wetter. Sonntag war der Karnevalsumzug sehr verregnet, etwas windig. Wir waren alle nass und die Kinder strahlen Sonne aus. Sie lachen, sie haben Spaß und deshalb hält auch das Wetter. Hunderte Kinder aus Schulen und Kitas haben sich wieder beteiligt. Für die jungen Jecken ist der Umzug ohnehin was Besonderes. Zwei Tage nach dem großen Cottbusser Karnevalsumzug gehörte heute allein dem Nachwuchs die volle Aufmerksamkeit. Es ging vom Altmarkt bis zum Viehmarkt überwiegend zu Fuß. Ein paar Glückliche durften, ganz wie bei den Großen, vom Wagen aus den Cottbussern winken. Das Wetter hat ja zum Glück gehalten. Die Kinder hatten mit einer eigenen Arche aber trotzdem sicherheitshalber vorgesorgt. Am Cottbusser Fürst-Pückler-Gymnasium gibt es Konsequenzen. Nachdem in der letzten Woche in mehreren Räumen Wanzen gefunden wurden, werden jetzt die Schlösser ausgetauscht. Auch der Stundenplan soll sich ändern. Am Freitag wurde bekannt, dass der stellvertretende Schulleiter einige Räume verwanzt hat. Dem Hausmeister ist das zufällig bei Reparaturen aufgefallen. Weitere Nachrichten folgen im Überblick. Den Anfang macht eine Meldung aus dem Cottbusser Rathaus. Projekt zur Inklusion Das zweite Interreg-Projekt startet am 26.02. mit den ersten Aktivitäten in Cottbus. Es findet im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Gilonaguda statt. 45 Workshops, 24 Studienfahrten und vier Konferenzen sind bis Ende 2022 geplant. Ziel des Projektes ist es, Menschen mit Behinderung und Senioren die Möglichkeit zu geben, sich mehr integrieren zu können. Das Vorhaben wird mit Hilfe des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mit knapp 650.000 Euro unterstützt. Erfolgreiche Spendensammlung Rund 2.000 Euro wurden bei der Knutschknochen-Aktion von Radio Cottbus und der Bäckerei Hanuschka gespendet. Zwischen dem 1. und 22. Februar wurden eigens kreierte Süßgebäcke verkauft. Der Gesamterlös der Verkäufe soll jetzt an das Kinderhaus Pusteblume in Burg gespendet werden. Die Einrichtung der Johanniter vereint ein stationäres Kinderhospiz und eine ambulant betreute Wohngruppe für Kinder und Jugendliche miteinander. Zurück in die Zukunft Unter diesem Motto findet vom 6. bis 17. März die 30. Brandenburgische Frauenwoche statt. In der Jubiläumswoche stellen sich Frauen und Mädchen der Lausitz die Frage, was ist in den letzten 30 Jahren passiert und wo stehen wir heute? Mit zahlreichen Veranstaltungen wie dem Frauenfrühstück oder einer Jubiläumsfeier in der Lila Villa wird das zelebriert. Die Frauenwoche wurde erstmals 1991 von der damaligen Ministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen, Regine Hildebrandt, ins Leben gerufen. Diese Straßenbahnfahrt hat sich ein 35-Jähriger auch anders vorgestellt. Er war gestern Nachmittag rund um den Hauptbahnhof unterwegs. Allerdings liegt gegen ihn ein Haftbefehl vor. Die Polizei wurde auf den Mann aufmerksam und hat den Intensivtäter festgenommen. Bei ihm wurden außerdem Drogen gefunden. Eingeschlagene Scheiben, Einbruchspuren am Schloss und versuchter Diebstahl im Cottbusser Stadtgebiet wurden gleich 14 Autos stark beschädigt. Die Taten sind in der Villiansch, Georg Schlesinger und Schlachthofstraße am vergangenen Wochenende passiert. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, wer etwas gesehen hat, der soll sich unter der Rufnummer 0355 49 37 12 27 melden. In Gemälden ist die Handschrift des jeweiligen Künstlers zu erkennen. Wenn aber mehrere an einem Werk mitwirken, dann gibt es auch verschiedene Interpretationen, die aufeinandertreffen. Wie diese Ansichten künstlerisch umgesetzt werden, zeigen die kollektiven Signaturen. Beim Sternmarsch 2018 sind sie ins Auge gefallen, bunte, politisch motivierte Plakate. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst hatte sich damals bewusst für die provokante Aktion entschieden. Jetzt kehren die Plakate in neuer Form zurück. Bei dieser ersten Serie waren die Gesichter nicht unbedingt von Politikern. Wir haben aber jetzt hier für diese Serie von 2018, kann man eben unschwer erkennen, dass wir es teilweise mit Erdogan zu tun haben oder hier mit Herrn Gauland. Die Plakate vom Künstlerduo Various & Goals sind nur ein Beispiel von Plakatkunst, die in einer neuen Ausstellung im Museum zu finden sind. Diese trägt den Namen Kollektive Signaturen. Auf zwei Etagen verteilen sich Arbeiten von zwölf Künstlergruppen. Mal von einem Duo, einem Trio oder gar eines ganzen Kollektivs. Die Werke kommen aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz und zeigen einen Ausschnitt der Plakatkunst vom Ende der 60er Jahre bis in die Gegenwart. Interessant ist bei der Ausstellung, dass man einerseits Gemeinschaftsarbeiten sieht und aber eben auch Plakate, die eigentlich in der Einzelurheberschaft entstanden sind, aber mit einem Gruppennamen gekennzeichnet sind. Dazu gehören zum Beispiel Grappa-Design aus der ehemaligen DDR. Die Gruppe orientierte sich bei ihrem Namen an einem der bekanntesten Grafikkollektiven aus Frankreich, Grappus. Die in den 70ern von drei Franzosen gegründete Gruppe prägte viele Kollektive in ganz Europa. Bis Anfang der 90er publizierten sie Grafiken. Auf einer ihrer letzten Arbeiten sticht ein weltbekanntes Augenpaar heraus. In diesem Plakat, neben diesen ganzen kleinen Briefmarken-ähnlichen Plakaten, die hier so geschrumpft sind, haben wir eben auch wunderbar hier einmal den Ausschnitt der Mona Lisa, die einen fixiert. Ein ideales Beispiel für die Ausstellung Kollektive Signaturen bietet die ostdeutsche Gruppe PGH glühende Zukunft. Das 1989 gegründete Kollektiv zeigt in ihrem Plakat »Heizperiode« die unterschiedlichen Ansichten der Künstler. Wenn Sie sich das Plakat angucken, kann man das auch noch erahnen. Wir haben hier in diesem oberen rechten Teil, dieser Teil wurde von Henning Wagenbrett gestaltet, hier tatsächlich auch noch mit dem Namen gekennzeichnet, der linke Teil von Holger Fickelscherer und hier unten von Anke Feuchtenberger. Das Arbeiten miteinander ist in vielen Werken erkennbar. Die Künstler bringen sich in die Motive ein, Teamwork spielt dabei eine große Rolle. Man kann natürlich sagen, dass die erste Voraussetzung ist, dass man zusammenarbeitet, dass man sich erstmal sympathisch findet, dass man gewisse Übereinstimmungen hat handwerklicher Natur und eben auch gesellschaftspolitischen Vorstellungen und dass man dann aber auch in der Zusammenarbeit immer auch davon ausgehen muss, dass man sich streitet. Und das muss man eben auch aushalten können. Die vielschichtigen Ergebnisse der künstlerischen Zusammenarbeiten sind noch bis Anfang Mai im Dieselkraftwerk ausgestellt. Ein genauerer Blick lohnt sich. Viele Anwohner haben in der Nacht in Sandow einen lauten Knall gehört. Der Fahrscheinautomat an der Endhaltestelle wurde gesprengt. Es ist ein Totalschaden entstanden. Der Automat ist zum wiederholten Mal Opfer von Vandalismus geworden. Wie Cottbus Verkehr mitteilt, wird der Fahrscheinautomat vorläufig nicht ersetzt. Tickets können weiterhin in der Straßenbahn gekauft werden. Der nächste Automat befindet sich übrigens an der Haltestelle am Doll. Monster. Viele sehen bei dem Wort eine schreckliche oder gefährliche Gestalt vor sich. Dass das aber nicht immer der Fall sein muss, zeigt die Taschenmonster-Aktion. Die läuft in der Spreegalerie und gibt es jetzt schon zum dritten Mal. Leni hat's vorgemacht. Sie hat letztes Jahr den Taschenmonster-Wettbewerb in der Kategorie Kita-Preis gewonnen. Dafür bekam sie 1000 Euro für ihre Kita. Auch dieses Jahr sucht die Spreegalerie wieder ihr Monster. Die Kinder können seit heute an der Aktion mitmachen. Dabei kennt die Kreativität keine Grenzen. Mitmachen können alle Kinder bis einschließlich 10 Jahre. Ein bisschen kreativ sein, Stiftfarbe, eine Feder dazukleben, buntes Papier, was auch immer den Kindern. Dann gefällt und dann bei uns bitte ab in die Box. Seit 2018 bemalen Kinder ihre Blätter oder die Monster mal töten. Wichtig ist die Teilnehmerkarte mit abzugeben. Sie muss vollständig ausgeführt sein. Erhältlich ist sie an der Monsterriesentasche in der Mall. Auch dieses Jahr werden wieder drei Monster ausgezeichnet. In den Kategorien Publikum, Jury und Kita-Preis. Für den Kita-Sieger kann nur online gewählt werden. Den Publikumspreis bestimmen die Besucher der Spreegalerie vom 23. März bis 1. April. Den Erfolg der Taschenmonster-Aktion zeigt die angestrebte Teilnehmerzahl. Wir rechnen in diesem Jahr vielleicht mit 1000 Teilnehmern. Wenn die Taschenmonster bei uns abgegeben werden, werden wir sie anschließend bei uns in der Mall ausstellen. Würde mich riesig freuen, kreative Monster tausendfach bei uns in der Spreegalerie sehen zu können. Alle Monster müssen bis zum 13. März in der Monsterriesentasche in der Spreegalerie abgegeben werden. Die Sieger werden im Rahmen einer Preisverleihung zum Center-Geburtstag am 9. Mai bestimmt. Die Siegermonster werden exklusiv auf einer Papiertasche der Spreegalerie gedruckt. Diese beiden Sprengbergerinnen gehen in wenigen Tagen auf Medaillenjagd. Lorraine Gogolin und Luisa Engelking treten bei den deutschen Meisterschaften unter 21 Jahren im Judo an. Die läuft nächstes Wochenende in Frankfurt-Oder. Über 400 nationale und internationale Athleten gehen an den Start. Nachwuchssportler geben hingegen morgen schon alles. Sie treten bei der Talentjade an. Wir schauen dort mal vorbei. Christian Risse ist dann zur Stelle. Schönen Abend wünsche ich. Jetzt neben dem Beruf beim Studium durchstarten. Präzise auf deine Bedürfnisse und Möglichkeiten abgestimmt. Mit dem Studiengang Public Administration der VWA. Hier kannst du einen Hochschulabschluss auch ohne Abitur erwerben. Der Bachelor- und Masterstudiengang beginnen zweimal jährlich in Cottbus und Wildau. Also verliere keine Zeit und steigere deinen Berufserfolg. Mit dem Studiengang Public Administration der VWA. Für Könner und für Freizeitsportler. Ostsees Sportspiele 2020. Der Wochenkurier In der Nacht bleibt es anfangs trocken, später fängt es aber wieder ein zu regnen. Die Tiefstwerte liegen bei 4 Grad. Der Mittwoch startet mit einer dicken Wolkendecke. Im Tagesverlauf wird es dann auch wieder nass und stürmisch. Das Thermometer steigt auf 5 Grad an. Am Donnerstag wird es wettertechnisch nur etwas freundlicher. Immerhin bleibt es den ganzen Tag über trocken. Die Sonne zeigt sich gelegentlich, ansonsten bleibt der Himmel meistens zugezogen. Die Höchstwerte liegen bei 6 Grad. Ihre Hauptuntersuchung ist fällig? Sie wurden schuldlos in einen Unfall verwickelt und suchen einen Schadengutachter Ihrer Wahl? Dann gleich zur DEKRA Cottbus, egal ob mit oder ohne Termin. Entweder beim neuen DEKRA Prüfwürfel an der Jet-Tankstelle Lipetzka Straße 8 oder im Gewerbeweg 7. Nutzen Sie auch die Online-Terminvereinbarung unkompliziert und schnell. DEKRA in Cottbus.de oder telefonisch unter 0355 87 73 0. Käse ist gesund. Käse ist frisch. Käse ist sinnlich. Käse ist reif. Käse ist verführerisch. Wenn Käse, dann aus dem Paradies. Rosa Xan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.